Hi Leute, hier ist High Carb Christian. Ich wurde unter meinen What I Eat In The Days gefragt, was ich mache, damit mein Kaffee nicht flockt mit Sojamilch. Und das finde ich ganz interessant, weil mir das tatsächlich nur ein paar Mal passiert ist, dass mein Kaffee geflockt ist mit Sojamilch. Sie haben mir eine Ohre untergeschmissen. Und ich glaube, da eine Methode gefunden zu haben, wie das nicht passiert. Also zunächst einmal gibt es verschiedene Gründe, warum Kaffee flockt, wenn man Sojamilch dazu gibt oder es flockt ja nicht der Kaffee, es flockt ja die Sojamilch. Und das ist allgemein ein Anzeichen dafür, dass der Kaffee zu sauer ist, also oder die Substanz halt zu sauer ist. Das ist wie wenn man Zitronensäure in Sojamilch gibt, die flockt dann auch. Dementsprechend könnt ihr einen Kaffee nehmen, der weniger Säure hat. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit Bio-Fatrate-Kaffees. Die haben irgendwie allgemein weniger Säure, so wie ich das rausschmecken kann, als konventioneller Kaffee. Mein Kaffee flockt immer nur, wenn ich konventionellen Kaffee nehme, wenn ich ein Pad mache von Tassimo oder sowas. Und bei der normalen Espresso-Röstung, bei dem Espresso-Kaffee, den ich benutze, der Bio-Fatrate ist, habe ich das Problem nicht. Das ist schon mal eine Fehlerquelle, die man vermeiden kann. Guckt einfach darauf, welchen Kaffee ihr verwendet. Versucht den einfach mal auszutauschen und guckt dann, ob es dann funktioniert. Es kann auch noch daran liegen, dass der Kaffee alt ist. Also sprich, ihr den Kaffee brüht und ihn dann stehen lässt, weil je länger man Kaffee stehen lässt, desto saurer wird er. Und dementsprechend frischer Kaffee funktioniert auch besser als Kaffee, der dann schon 2-3 Stunden steht. Also wenn ihr Kaffee stehen lasst und dann Sojamilch reinkippt, könnte das der Grund sein. Einige Sojamilch-Sorten funktionieren einfach besser als andere Sojamilch-Sorten. Das ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund einfach so. Ich habe die besten Erfahrungen mit Alpro-Sojamilch gemacht. Also sowohl Alpro-Original, als auch Light, als auch For Professionals. Die wird ja auch bei Starbucks benutzt. Oder welche gibt es noch? Die ungesüßte benutze ich jetzt in letzter Zeit. Mit der funktioniert es immer prima. Und mit anderen Sojamilch-Sorten funktioniert es dann einfach kategorisch gar nicht. Dementsprechend kann ich euch eben allgemein die Empfehlung aus Alpro-Sojamilch. Ihr könnt auch Alpro-Bio nehmen oder mit Pro-Amel-Sojamilch geht es wahrscheinlich auch. Es ist ja im Endeffekt die gleiche Rezeptur. In Verbindung mit Bio-Fatrate-Kaffee geben. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Ich mache nichts wirklich Spezielles. Es gibt auch noch eine ganze Webseite, wo erläutert wird, woran das alles liegen kann. Wobei da einer der Tipps, der da aufgeführt ist, ist auch einfach kein Kaffee trinken oder Kaffee schwarz trinken. Wo ich mir denke, nein, das ist kein hilfreicher Tipp. Aber schaut euch die Webseite mal an. Und wenn meine Tipps nicht helfen, vielleicht funktionieren die Tipps ja. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich abonnieren wollt, dann könnt ihr das hier bei dieser komischen Bubble machen. Und dann verpasst ihr auch keines meiner Videos, was total super ist. Nach dem Abonnieren müsst ihr allerdings unten noch die komische Glocke antingen, wie auch immer, anklicken. Und dann am besten noch die E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. YouTube hat es im Jahr 2017 so einfach gemacht, zu subscriben. Also ist es im Prinzip jetzt ein dreistufiger Prozess, nämlich abonnieren, klicken, Glocke anmachen und E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren. Ja, danke YouTube. Vielen Dank dafür YouTube. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir sehen uns in einem nächsten Video.